ja und damit herzlich willkommen zur let's show super mario run ja ich habe angekündigt irgendwo dass ich dieses spiel mit euch spielen will und ja ich werde allerdings kein let's play dazu machen sondern einfach ganz normal okay ganz normal mit euch ein paar level zocken und zeigen was das spiel so hergibt willkommen in der welt von super mario run spielst du zum ersten mal nein ich nehme natürlich den nintendo account den ich tollerweise mal eben eingebe jetzt könnt ihr meine nintendo id sehen jedoch das passwort wenn ich euch aus hoffentlich sonst könnt ihr euch mit meinem account anmelden wäre da nicht so geil ja diesen account verwenden vielen dank okay die speicher werden verwendet das ist gut das ist sehr gut es werden auf jeden fall noch ein let's show zu zum fire emblem spiel und zu animal crossing pocket camp geben mitomo habe ich damals schon gemacht das verlinke ich mal in der video beschreibung das war nicht so gut aber ja wir schauen es uns mal an super mario run are you fucking serious ein datendownload tipp 3 blablabla klare hinweise als ob ich die jetzt vorlese die ganzen tipps wieder bei der datenübertragung dann halt aus macht halt die internetflattern geht das schneller ja guck da geht es schneller ich glaube ich spiel euch das mal eben ganz kurz vor oder ich brauche es nicht vorspulen so schnell wie es gerade geht alles klar weil der runtergeladen hat dann gehe ich dann jedoch tipp 1 super mario run kann mit nur einer hand gespielt werden tipp 2 je länger du den bildschirm berührst desto höher springst du tipp 3 berühre beim springen den bildschirm um dich um die eigene achse zu drehen tipp 4 kleinere hindernisse und gegner überwindest du automatisch tipp 5 spring an einer wand um ein salto nach hinten zu verführen tipp 6 nach einem langen fall rollst du automatisch ab abrollen ist genauso wirksam gegen gegner wie draufhüpfen tipp 8 berühre beim bocksprung den bildschirm um extra hoch zu springen lande auf schaltern oder hüpfe im bocksprung von ihnen ab tipp 10 das verknüpfen eines nintendo accounts bringt viele vorteile und tipp 11 im album erfährst du in den tipps und tricks mehr über die steuerung der charaktere cool und derweil haben wir fast gedownloaded hat sieht doch schon gut aus ja komm das schalte ich mal eben wieder ein die remix 10 röhre ist geöffnet prinzessin daisy ist darin und finde ich heraus rette sie was willst du denn dahin mitteilungen junge ich habe hier gutes internet ausnahmsweise geht doch mission lange wie gelang ihr am rallye blablabla neue welt stern oh deine lieblingsmusik how to play ja juckt mich eigentlich nicht möchte freunde einladen dann kannst du im weltmodus ihre rekorde übertreffen was ist da so gibt oder missionen tot rallye spielen hier gibt so viele punkte ich kann keine einsammeln na gut egal was ist denn remix 10 das ist wohl neu okay und ja wir kommen bei der remix 10 in diesem modus spielst nacheinander 10 sie erkurt ja ja alles klar alles klar alles klar die musik geht richtig ab die musik geht ja hier ja in ordnung die kann ich mal leben ja Ja, Super Mario Land Remix. Okay, jetzt verstehe ich offen, dass Remix 10 heißt. Das macht aber tatsächlich mega viel Spaß. Das Ziel ist es jetzt auch nicht, die ganzen Rebenbogen-Coins da einzusammeln, na? Bin ich tot? Oh, das war knapp. Äh, ja, ich muss sagen, das spielt grafisch echt top aus. Mittlerweile kann ich ja mega flüssig auf mein Handy zocken. Und ja, ich habe ja jetzt als Huawei-Pizza-In-Life das Unboxing habt ihr euch hoffentlich gegeben. Also die Musik geht in diesem Modus echt ab. Aber die Musik ist echt gut. Das war ein Originale von der Tau-Trail. Die möchte ich euch übrigens gleich auch zeigen. Wenn ihr jetzt einfach ein Geflائtrans-Ben oderатовd earlier ist, wenn ihr euch mit demmaßt und m Sonra-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau. Die焦 underscore da gerne fahren. ессorina imape Musik. Mein casuis macht Lassen. Es ist misma, wenn man auch schon die Bastar. Es gibt, sich dass du einen Eeenstầ? Geil, wir haben es geschafft. Das ist doch cool. Bummenspiel! Eine eisig blaue Tanne, wie sie unter Norden nicht ganz zu Hause ist. Wurde im Königreich. Platzieren aktiviert, werden in Remix den alten automatisch platziert. Es sei kein Platz, werden bereits durch Neue, also deine Filmente gehen nicht verloren. Nö, lassen wir einfach mal. Ja, ich jucke mich jetzt nicht. Dankeschön. Ohne Fehler. Das haben wir von Bonusmedaillen ermöglicht, dir aus einem Bonusfragzeichenblock zum Teil auch selten Items zu erhalten. Alles klar. Nö. Mach ich vielleicht privat mal irgendwann weiter. Was bedeutet der Hammer? Bleh. Dich kenn ich doch. Stopp-Symbol. Kannst den Ton noch ausschalten. Kopfhörer tragen. Blablabla. Hat er doch die Geschenkbox, da dürfte ich nichts haben. Nee. Gut. Welten. Ja, ich hab's noch nicht gekauft. Ist okay. Wir werden jetzt das erste Level mal machen. Versuchen alle pinke Münze zu sammeln. Schau mal, wie weit ich da. Möchtest du versuchen? Komm, eine noch. Das schaffen wir. Wir haben mal wenigstens das erste Level schon mal zu. Yes, Gini. Ich hab's noch nie gespielt. Wenn ich ehrlich bin. Ich hab's noch nie gespielt. Und. Alle Münzen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Würde ich behaupten. Das erste Level war nicht allzu schwer. Okay. Was ist das? Möchtest du Bundes spielen? Nein. Rally. Wollte ich euch noch zeigen? Justin Fennert. Hab ich das doch schon mal gespielt? Okay. Immer den. Der ist schlecht. Tartere. 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 Run. Aber genau hier geht es auch um Münzen, ne? Das ist ein sehr spaßiger Modus. Ich bin raus, ja! Ich bin gestorben, alles klar. Okay, mal gucken ob ich es geschafft habe. Aber der Fail, der war natürlich sehr lame. Ich würde mal sagen, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen, cool. Ich bin voll frei geschaltet. Gib mir noch eine Tortrallye. Cool. Schau mal, Blasjoshi Haus. Krass. Nein, ich will kein Windows 10 Update machen. Ich will jetzt kein Update machen. Hallo? Okay, zum Königreich. Alles klar. Ähm... Gut, tägliche Tortrallye. Ich gebe mir mal die Münzen, ne? Ja, Rang 2. Ja, Rang 2. Rang 3 oder so. Keine Ahnung. Holen wir noch die Nintendo Mission ab. Gut. 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 Hier. Dann gibt es schon... funktioniert irgendwie nicht. Na gut, also wenn euch diese Let's Show gefallen hat, zu Super Mario Run, dann lasst doch ein Like da. Das nächste Let's Show wird Animal Crossing Pocket Camp sein. Also freu dich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020